Die Hauptstraße führte genau wie heute zu dem Platz, auf dem der Schafat aufgebaut ist. Und obwohl er mit Handschellen gefesselt war, ging er diese Straße entlang, als wäre es ein Triumphzug. Glück, Ruhm, Macht. Gold Roger war der Mann, der all das in seinem Leben erreicht hatte. Und obwohl er seinen letzten Gang angetreten hatte, sah er aus wie der stolzeste König.